Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together The Forest. Ja, auch heute bei unser Doktor Disco, Manni und Alina. Ja, unser Angelo, der ist jetzt gerade AFK, wahrscheinlich Pizza bestellen oder Döner, wie ich auch verstanden habe. Da gab es Fleisch. So, du hast gesagt, hier gibt es eine Höhle in der Nähe, wo wir doch mal vorbeigucken könnten. Ich wollte noch gerade hier was zu essen mitnehmen. Essen ist immer gut. Ich habe den Kopf. Wenn der gebraten ist, kann man den auch essen. Ess du den alleine, ich esse lieber ein Bein. Stramme Wade. Haxe, wie die Bayern. Hier ist direkt ein Höhleneingang, meine Lieben. Guck mal da. Oh, da geht es aber richtig runter, wa? Oh, chicode, chicode. Ja, in dieser Episode werden wir mal schauen, dass wir hier... Ja, wollte ich gerade sagen. Nimm Holz mit, nimm ein bisschen Stoff mit. Achso, du voll. Upsala. Ich habe 10 Stoff und 10 Stöcker. Wollte ich uns hier direkt mal eine Markierung machen, dass wenn wir hier reingehen, dass wir nicht dann auch nochmal reingehen. Ja, mach mal gleich, wenn wir rauskommen. Äh, wir kommen woanders hin. Falls wir da rauskommen. Da bin ich wieder. Wir kommen. Dann würde ich mal sagen, mach mal eine Markierung auf gelb. So, ich düstern schon mal runter. Ach, guck mal, der Angelo ist auch schon da. Perfekt. Wo ist denn die Liebighe Dakota? Ja, alter ist das. Du's da. Hat einer von euch Lichtern gemacht? Hüüü, bleib oben, komm nicht runter. Doch. Ich würde da nicht runter gehen, wenn ich du wäre. Oh Gott. Muschig. Ach, komm, ich glaube Municipenplatz. Ey, da sind, alter, 1, 2, 3. Echt? Ich gehe da nicht runter, ganz vergessen. Alter, weißt du, wie viele Babys hier sind? Ey, das sind 8 Millionen Babys. Äh, was geht denn da unten ab? Ey, das ist jetzt, weil wir so viele Mann sind, oh Scheiße. Also ich gehe wieder raus. Wenn ich hier runtergehe, komme ich die Lebendigkeit wieder hoch, ne? Rutsch mal runter, du Irrenhäuptling. Wenn man da runtergeht, ist man sofort tot. Hast du wichtiges Equipment dabei, ne, oder? Alter, ist das laut. Also wenn man da runtergeht, ist man sofort tot. Warte, ich gucke mal, ob ich dich irgendwie abgreifen kann. Gameplay. Wow. Alter. Also ich bin wieder raus. Könnt ihr von oben so einen Dynamitschlange oder irgendwas runterschmeißen? Boah, ich höre gar nicht, weißt du wie laut das ist, die Babys alle auf mich am Einschlagen. Die gehen erstmal wieder hoch, das ist eine ganz schlechte Idee, hier reinzugehen. Ja, ich bin lieber da wieder, ich hab eben gespeichert. Ja. Ja, dann geh doch raus und komm neu rein. Großartig, viele hat's ja nicht dabei gehabt. Verstehst du? So viele habe ich noch nie auf einen Haufen. Ich auch noch nicht, das ist wahrscheinlich erst seit dem neuesten Update. Wow. Wenn wir in eine Höhle reingehen und da so viele von diesen Viechern sind, dann kriegen wir richtig Probleme, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Ach, Renato, ich hab mir was für Essen bestellt, da hast du recht. Ja, um was denn? Äh, ne Kalzone und ne Grünfelspange. Wenn wir hier in die Höhle reingehen, das wird ja witzig. Ja. Ich hab aber echt nicht gedacht, dass da so viele von diesen Viechern sind, ne? Ich hab nur den ersten Galoppel halt, achten, den ersten Muschikloss, die dachten, so auch hätten raus. Alter, da waren ja bestimmt sieben Glück. Bin schluss, das ist wieder da hochgegangen. Wow. Wenn ich nicht verstehe, wenn ich auch weiterspielen, wenn ich beitreten will, schmiert das Spiel. Oh, versuch, versuch. Versuch? Pack mir nicht an. Ich habe Geule. Komm her, du. Aber ich vierteile dich, du gesagt. Ich hab so viele Zähne in den Taschen, ich könnte die ganze Arztpraxis aufmachen. Hat sich ausgekiefert für dich. Wir müssen die Leichen hier verschwinden lassen, ne? Also Leute, ganz ehrlich, so viele von diesen Mutanten auf einen Haufen hab ich noch nie mal gesehen. Ey, unser Lagerfeuer ist weg. Das ist ja nur normales gewesen. Ich hau dir was aufs Genick. Köpfe werden rollen. Ein ganzes Zeug da unten, super. Warte mal. Ich hab schon einen Kopf in der Tasche, so wie das ausschaut. Da rollt ein Kopf vor dir. Ja, ich weiß. Das ist aus der Tasche, die Falle. Ups, ich hab so viele bei meiner Feinde getötet. Kaum zu glauben. Da fallen mir die Köpfe. Rain Space, was ist da los? Wo bist du überhaupt? Ist beigetreten. Keine Ahnung, ich kann, wenn ich auch weiterspielen, gehe ich mir das Spiel ab. Okay, ist ja ein Ding. Ich musste jetzt von neuem machen. Sonst komme ich nicht ins Spiel rein. Hm. Richtig, ich bin wieder am Flugzeug. Immerhin. Ich komm da immer noch nicht drauf. Ich glaube, was grad da unten in der Höhle los war. Ich auch nicht, ja. Da werden wir richtig Spaß haben, ne? Da können wir nur bis an die Zähne bewaffnet runtergehen. Ey, das ging nicht. Die haben schon auf mich eingeschlagen, wo ich noch am Seil hing. Einer muss am besten am Seil hängen, die Viecher locken. Und der andere muss einen Molotow-Cocktail und am besten so eine Bombe runterschmeißen. Die noch ein bisschen Bling-Bling macht, bevor es knallt, weißt du? Ja, weil ich hing ja noch am Seil. Die haben, als ich noch am Seil hing, schon auf mich eingedrecht. Wie so irre. Ja, das ist die Baumhaus, das ist fertig. Ja, erstmal klettern. Ja. Ah, hier kann man schön speichern. Wollte ich grad sagen, erstmal... Kriegen wir... Wo kann man denn hier speichern? Da. In der Eck. In sie Eck. Kort in die Eck. Oh nein. Er springt da einfach runter, weißt du? So, sag mal, gibt's hier noch einen anderen Höhleneingang? Ein Feuerschick. Glaub ich, ich baue hier. Den Eingang haben wir gerade gehabt. Guck mal, ich hab hier noch einen Höhleneingang direkt um die Ecke. Sollen wir da mal gucken gehen? Ja, warte, ich komm grad zu euch. Kleinen Augenblick, könnt ihr mal zu mir kommen, weil ich werd hier grad angegriffen. Wo ist denn das? Ah, da oben. Ich komme. Äh, einen Moment. Also, hol den Knüppel raus. Ich bin gleich schon wieder hier. Nein! Da schreit jemand. Ist das normal? Das bin ich. Der mit dir nehmen. Hoppla. Komm her, Freundchen. Hau mich noch einmal mit dem Stock, du Wichser. Geht doch mit so einem kleinen Stock auf dich los, ne? Scheiß Stock, ey. Leiche sofort zum Lagerfeuer. Wollte ich gerade sagen, alles direkt mitnehmen, verbrennen. Direkt verbrennen. Einäschern. Ich schau, ich esse giftige Beeren. Oh. Wollte ich sofort die Füße hochgehen, ne? Wenn er reinfliegt. Ja, ich wollte gerade sagen, wie die Beine sich so hochkriegen. Sitz! Ist sofort ernervt. Jetzt zieht sie nochmal schön zusammen. So, ich dusch schon mal los zur anderen Höhle. Hast du das vielleicht auf Hardcore gestellt? Klar, ist der Hardcore-Modus. Okay, dann ist klar. Deswegen waren da so viele... Ich hab gerade gedacht, alter Schwede, was geht denn da in den Höhlen ab? Spielt der Forest nur auf Hardcore-Modus, also? Oh. Wow. Das erklärt so einiges. Wäre eine Herausforderung, dann richtig, wa? Wow, Alter, kommt der auf einmal angelaufen, dieser Penner. Wenn wir in die andere Höhle reingehen, wie es da so aussieht, ey, oh mein Gott. Da sind wir überhaupt nicht ausgerüstet. Hier ist eine Höhle, wo wir reingehen können. Das ist super. Kommt mal gleich direkt zu mir. Ja, ich komme rüber. Nehmt euch ein bisschen Fressalien mit. Ja, ich bin hier noch nie hier so ein paar von den ganzen Pflanzen mit. So, hier am besten nochmal was draufpacken. So ein, so ein, so ein, so ein Wegepunkt. Wo finde ich den hier? Customs, oder wo ist das? Stickmarker, oder so heißt der. Äh, freis bauen. Hier ist Sonnenhut. Ich glaube, ich hab's. Oh, hab ich auch mitgenommen. Signalflagge, wa? Die Aloe Vera. Guck mal hier. Welche Farbe sollen wir nehmen? Ich würde sagen, immer da, wo wir schon reingegangen sind, machen wir grün. Weil den da hinten wollte ich jetzt auch noch rot machen, weil wir da ja letztendlich nicht reingegangen sind. Wollte ich grad sagen, lass mal rot machen für Sachen, ich sag mal, wo wir, die wir meiden sollten, okay? Wir müssen da reingehen. Ja, aber da geh ich doch nicht runter, wer bin ich denn, hör mal? Das sind Sachen, die wir brauchen. Äh, wir kommen von einem anderen Höhleneingang bestimmt sicherlich rein. So, schwingt eure Ersch hier rüber. Die Zeit drängt. Okay, also hier vorne ist auf jeden Fall schon mal nichts los. Ich geh mal weiter. Manni, wo bist du? Komma. Angelo? Hier war so viel Sonnenroth. Ja, ich wollte, ich war grad auch nicht. Ja, schlepp ne Leiche aus dem Walz. Welcher Alter hast du jetzt wieder abgeschleppt? Ich hab mir gedacht, ich bring mir mal was zu essen mit. Lass sie mal direkt vor der Höhle liegen am besten. Der ist hier? Nee, sind die Flüge. Das ist ein Kerl, Alter. Du schleppst ein Kerl ab. Bist du für einer. Komm in die Höhle rein. Ein Mensch. Homosexualität ist kein Verhältnis. Ey, Leute, ganz ehrlich, ey, wir könnt hier nicht in die Höhlen reingehen. Was meint ihr, was hier drinne los ist? Ich komm mal direkt zurück. Schau mal Licht an. Weil alleine schaffst du das niemals. Was ist denn da vorne? Zeig mal. Mein Gott. Wird ihr das Wahnsinns? Aber dann kriegen wir viel Mutantenrüstung. Ja, aber ich hab jetzt meinen Bogen und alles verloren und oh mein Gott. Lass den Papa mal gucken. Komm, wir zünden die ganzen Viecher einfach an. Ja, ja, lass den Papa mal gucken. Leck. Hier liegen Gliedmaßen auf dem Boden. Lass uns mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Aber nicht so gratis. Ich hab hier richtige FPS-Trops. Was ist denn hier los, ey? Ja, nicht nur du. Da kommt einer. Runter von meinem Rasen. Der hat so nasse, kalte Haut. Guckt euch das mal an. Das ist das gleiche Loch, wo wir gerade waren. Hoch, 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 hoch. Ich will hier weg. Tschüss. Warte, ich schreib den Spawner gleich mal direkt um. Also das ist ja jenseits von Gut und Böse mittlerweile, was hier unten los ist. Ich hab ne Dia-Show auf einmal, seh ich den Typen 10 Meter entfernt, 5 Meter entfernt, direkt vor mir. Ich sag alle, wie die Irren aus der Höhle rausgerannt kommen. Wenn wir uns alle Molotow-Cocktails machen. Ja. Ich hab sogar einen Molly hier. Ich nehme meine Leiche wieder hier mit. Die Spinnere platzt da. Wer ist du denn da auf dem Arm? Ich weiß den mal weg, was ist los mit dir? Das ist mein Essen. Hey, hey. Hier ist was. Da kommt einer. Lass ihn nicht entkommen. Wo ist er? Ja, das will ich entkommen. Ich hab die Leiche in der Hand. Du, Wix, komm. Wahrscheinlich sein Mann oder seine Frau. Er ist der Mann. Ach, der falsche. Aber er brennt, das Resultat zählt. Ich sterbe. Hier gabel dich wieder auf, alles gut. Sag mal. Hat einer angezündet. Ja gut. Und Alina, wie schaut's da unten aus? Ja, also ich stehe auf dem Stein. Nein, die kommen hier nicht hoch. Also deswegen sag ich ja, wenn wir so... Bist du in der Höhle noch, oder? Ja, ich komm hier nicht mehr raus. Hast du keine Dia-Show bei dir? Leckt das Game nicht? Du kommst da nicht mehr raus. Oh, guck mal, die schlagen sich gegenseitig. Oh, das ist gut. Hinterher. Komm, beginnt. Rassenkeile. Rassenkeile. Wir lassen keinen zurück. Kruppelkeile, Kruppelkeile. Ja, also, wenn ihr Molotow-Pocktails habt und mit mir hier auf den Stein kommt, schaffen wir das. Und einen Bogen mit Pfeilen. Was bin ich eigentlich jetzt oder? Weil das sind nur keine Wahlen. Bin ich immer noch ein Weißer? Alter, leckt das Game hier unten. Bei mir überhaupt nicht. Bei dir gar nicht. Ja, wahrscheinlich, weil ich Haus bin. Bei mir leckt auch so ein minimal. Wenn ich den verbesserten Speer hätte, hast du für mich vielleicht drei Knochen wenigstens? Also, auf die Steine kommen die hier nicht. Die haben mich bisher nur umgelassen hier oben. Ja, sauber. Dann lassen wir uns die abkriegen mit Molotow. Ja, würde ich auch sagen, wenn die brennen. Ja, willst du knochen. Dann kann ich mir den verbesserten Speer wenigstens machen. Hier, hier, wo bist du? Alter. Wo bist du? Alter, was ist total? Alter, was ist total? Alter, was ist total? Mastenschlägerei. Sie riecht schon der erste Tote, ne? Später Ringen wurde gefunden von Ollo. Dankeschön. Warte, mache ich mich noch nicht direkt vor. Ich glaube, besser ist das. Oh, ja. Der erste Ringen wurde nicht schon verbrannt hier auf dem Boden. Ich weiß nicht, wie die gleich spritzeln können. Da haben wir Knochen ohne Ende. Brenn. Alter, boah. Ey, die haben denn den Arm ausgerissen. Guck mal. Alter, was ist hier drin in den Höhlen los auf Hardcore? Das ist ja heftig. Das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Äh, ich wiege scheiße. Warum, ey? Äh? Komm zu dir. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam auf einmal. Ich muss mich von hinten irgendwie echt... Okay, scheiße. Jetzt stehst du irgendwie direkt, dass man noch nicht mehr auf die so einen Ladefeindkugel ist. Egal, ich bin. Kommen wir jetzt so nah und ich stehe zu, Fräutchen. Da seid ihr. Guck mal, der steht wieder auf. Der wird wach, ey. Ich treffe den Typen hier unten nicht mehr, ne? Zwisch ab hier. Wie so ein Irrenhäuptling springt er da mit dem Speer auf ihn los. Jetzt können wir aber so viel Knochen machen, Alter. Lass mal ein Feuer machen. Hier vorne liegt was. Alter, wie sieht er denn aus? Wie viele sind denn wieder hier? Ja, moin. Wollen sie hier, oder was? Oh Gott, kommen die immer wieder, oder wie? So, man, wir sporen hier. Nein, die stehen einfach nur wieder auf. Hier liegen Verwundete auf dem Boden. Nein, nur einer gesporen, Mann. Die müssen hier anstechen, bis sie... Alter, liegen hier Knochen auf dem Boden. Die sind komplett eingeäschert, ne? Ersche zu Asche. Ich bin gleich im Arsch, Alter. Du kriegst dir mein Leben wieder hoch. Äh... Medizin, ne? Ja, ansonsten muss ich auch nicht. Aber es gibt ja eine, ich hab zwei. Oh, 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 oh. Ne, noch nicht. Schon gut. Nicht mehr auf einmal auf der Map. Ja. Oh, ich danke dir. Bitte, bitte. Hier gibt's Tücher. Boah, Alter, ey. Diese Louis Vuitton-Koffer, die geben richtig Zoster, ey. Jetzt aber richtig bratern in den Höhlen, ey. Ah, da. Guck mal, hier vorne haben sie wahrscheinlich so einen Gang abgesegnet. Was ist das? Das Loch im Walde. Also hier liegen auf jeden Fall Millionen Knochen. So, ich taste mich dann schon mal so ganz langsam ins Ungewisse. Huuuuh. Hat sich nicht gut angehört. Ja, auf jeden Fall nicht. Der fand das wahrscheinlich nicht so witzig, dass ich die Tür aufgemacht habe. Ach, du Scheiße. Verpiss dich, lass mich in Ruhe. Ihr seid doch in eine Höhle reingegangen und nicht euch runtergelassen, oder? Aber ihr seid hier trotzdem irgendwo unter mir. Ich komme einfach hier in die Höhle rein. Ja, hier war irgendwo ein Seil, habe ich gerade gesehen. Ja. Leck. Ihr Doktor, Doktor. Komm ich jetzt vielleicht zu euch runtergerufen? Ja, ja, du bist genau bei uns. Ah, perfekt. Hier liegen noch Koffer. Weil hier ist nämlich irgendwo mal... Ah, perfekt. Hier ist man. Kommt der mal ganz kurz rüber zu mir? Warum? Oh, ich höre noch mehr von den Köpfen. Renn, Baby. Auf dem Leben. Mach eine Fackel an, mach eine Fackel an. Zünde die Leute an. Ich habe keine Fackel. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Nimm dir einen Stick ins Inventar und einen... Stock und einen Lappen und dann anzünden das Ding. Lass für so eine Fackel. Oh Gott. Pass auf, geh nicht so weit rein. Ohohohohohohohohohohohohoho. Ohohohohohohohohohohohohohohohi. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. ich weiß wie viel ich angesteckt habe, wir sollten alle brennen. Lass mich leben! Nächste! Die werden gerade eingeschaut da vorne. Leute! Die verwundeten Aufgaben. Passt mich an und du grüße, Freundchen. Blau! Was ist das für ein Typ, Alter? Weiß ich nicht, aber der ist zwei Köpfe größer als ich. Uhren? Ihr wollt doch eben Uhren. Oh! Das hier mal besser verschwinden. Da kommt schon der Nächste, ne? Warte, warte, warte. Geht mal da weg, geht mal da weg. Oder halte den kurz in den Zaun. Hast du was, was Gutes? Alina, wo war die Uhr? Was? Hast du ne Uhr gehabt, oder? Warte mal. Ich hab ne Uhr. Soll ich euch die geben? Gib mir die mal weg. Eine Flasche auch hier? Bau dir ne Bombe, Romano. Schmeiß da ne Bombe rein. Warte, ich lock die alle auf einen Fleck. Ich regeneriere grad Leben. Dann in den Axt rein. Die Axt können ja auch von den Bremsen nehmen. Ja, ihr könnt da Stoff tun, und dann... Vorsicht, Vorsicht. Rückwärts! Vorsicht, Vorsicht! Schmeiß rein! Sie stehen trotzdem noch... Ach du Scheiße! Kommt an euch gar nicht vorbei, deswegen... Warte, du kannst nicht sein. Es brennt schnell nur ein von euch an. Wo war von Timmy ein Spielzeug? Hier, am Ende dahinten. Das musst du weitergehen. Am Ende, da kommst du eh nicht mehr weiter. Da wo die Typen sind, oder was? Wo die Koffer waren, ja. Finde ich Geld da auf dem Boden. Oh, hier will einer rein. Geh nicht durch, oder was ist hier los? Sonnehaut und Knochen. Ach schade, die Uhr hab ich nicht. Aber ich hab was Besseres. Ich hab einen Molli. Die Viecher zünden wir jetzt mal an mit ihrer nassen Haut. So viel Zeit haben wir noch. Vollgas! Vorsicht, Vorsicht! Babaschelle ist hinten. Jetzt brennen die aber. Guck dir das mal an. Die löschen sich aber gegenseitig wieder, wa? So, ich würd sagen erstmal Rückzug. Wir rüsten uns auf und kommen dann nochmal wieder. Mit Kettensäge, mit Knarre, mit Boambrust. Wir werden wahrscheinlich ihn anfangen. So, meine Freunde. Leider endet das Spielzeit auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together The Forest. Es bleibt spannend. Bis die Tage. Bis baldь. Bis bald, bis bald. Bis zum nächsten Mal.